Es wurde angesprochen, welcher Kegel angelaufen werden sollte, blau, rot, gelb oder weiß. Und die Mädchen sollten sich zu diesem Hütchen bewegen und jeweils den Ball fangen. Wichtig war mir auch, dass sie durch dieses Anwerfen auch lernen, den Ball zu kontrollieren und auch eine Richtung zu geben. Es ist halt wichtig, dass sie auch lernen, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen und dass die Gruppe läuft und dass im Training was passiert. Es ist halt wichtig, dass die Gruppe läuft und dass die Gruppe läuft und dass die Gruppe läuft.